Ah, es hat geknackt im Hals. Okay, liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir behandeln heute eine ziemlich krasse Thematik. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe dazu auch schon ein Hauptvideo gemacht, aber halt nur Dinge zusammengetragen, halt Informationen zusammengebündelt in ein Video gepackt. Das hier wird jetzt ein ausführliches Video oder beziehungsweise wir gehen diesen ganzen Tweet oder die ganzen Tweets von Unge durch, wo er sich zu diesen schweren Anschuldigungen äußert. Genau, also das hier wird praktisch die ausführliche Version, wo nochmal alle Informationen abgehandelt werden, sage ich mal. Ja, mir wurde gesagt, ich soll mal wieder beten, deswegen machen wir das. Lass gerne ein Abo da, denn durch die ganze gehypte Thematik sind wir nur noch 32% Abos, die meine Videos hier anschauen. Wir waren mal bei über 40% und ja, wollte ich nur kurz an der Stelle sagen. Gut, ich würde sagen, wir legen los und starten rein. Okay, by the way, falls es triggernd sein kann, eine kleine Triggerwarnung an der Stelle. Es geht darum, um Tox... Ich würde sagen, ein großes Thema ist da wahrscheinlich toxische Beziehungen, Lügen oder beziehungsweise wird das vorgeworfen. Ja, es ist schwer zu sagen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so triggernd ist oder ob es dazu krasse Triggerwarnungen braucht. Ich würde sagen, wir legen los und starten mal damit, was Unge gesagt hat. Okay, Unge schreibt, ich habe Ex-Freundinnen misshandelt und bin mit Nazis befreundet und sowieso der Top-1-H-Sohn. Mal gucken, was deine Mama dazu sagt, wenn die Anzeige wegen Rufmord und übler Nachrede im Briefkasten liegt. Das ist bezogen auf diese Nachrichten hier. Und zwar hat ein Twitter-User geschrieben, Unge ist halt selbst Top-1 der Haarsohn-Influencer auf Madeira-Lol. Auf die Frage, wieso, schreibt er, Ledget mit Nazis befreundet und promotet andere Haarsöhne und hat mehr als nur eine seiner Freundinnen auf ähnliche Art und Weise, wie Ani misshandelt. Like, guck dir mal Rachels Tweets an seit gestern. Justus schreibt dann, okay, krass, wusste ich nicht. Sehr, sehr harte Vorwürfe, by the way. Also, er wird als noch schlimmer beschrieben als Ani und ist mit Nazis befreundet. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie er darauf kommt, aber wir wissen auch nicht, was alles wie ist. Es sind halt Vorwürfe, muss man an der Stelle sagen. Es gibt aber auch Menschen da draußen, die auch mir mal Dinge unterstellt haben, die komplett nicht gestimmt haben. Das heißt, Vorwürfe müssen nicht gleich die Wahrheit sein. Also, mir wurde auch mal gesagt, dass ich irgendwie ein Nazi bin oder so, weil ich mich gegenüber einer gewissen Community von einem YouTuber nicht positiv geäußert habe beziehungsweise war ich vielleicht ein bisschen unvorsichtig gewesen, was das anging. Und deswegen hing mir das eine Zeit lang nach und ich wurde als Rassist und sowas bezeichnet. Also, das ist, ja, obwohl es nie so gemeint war und nie so geäußert wurde. Deswegen war eine schwierige Angelegenheit. Ja, also mit Vorwürfen immer vorsichtig sein. Kann, kann dann auch kritisch enden. Damals habe ich aber nicht gesagt, dass ich irgendwie den Anwalt einschalte und dagegen rechtlich vorgehe, weil das war noch zu klein. Wäre das größer gewesen und die Anschuldigungen wären immer größer geworden, dann hätte ich damals auch den Anwalt eingeschaltet. Genau. Okay, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Jetzt kommt das richtige Statement dazu. Ich werde mich... Achso, wait, er hat ja noch geschrieben. Eigentlich wollte ich nichts dazu sagen, aber wenn Menschen sich solche Dinge rausnehmen und Behauptungen aufstellen, die klar Hufmord sind, ohne mich überhaupt zu kennen, mache ich meinen Mund auf. Ich werde mich nicht weiter unter Druck setzen und erpressen lassen. Ich habe mir so viel bieten und gefallen lassen, aber nun ist meine Grenze erreicht. Vorab möchte ich mich bei Mauki und Reef bedanken, die mir durch ihre Worte den Mut gegeben haben, mich jetzt endlich zu diesem ganzen Thema zu äußern. Vor allem Mauki hat mir wirklich aus der Seele gesprochen, als es um das Thema geht. Okay, es ist sehr, sehr krass tatsächlich. Ja, da wird es wahrscheinlich um diese Toxizität gehen, die mit gewissen Kontakten entstanden sind. Ich habe mich lange nicht getraut, etwas dazu zu sagen, weil ich ebenfalls den Frieden wahren wollte, aber frage ich mich auch, welchen und wofür ich mir das selbst antue. Jetzt ist Schluss damit und ich lasse direkt drei Bomben platzen. Das ist schon mal eine sehr eindeutige Nachricht an die Zuschauer da draußen. Er schreibt als Warnung, in den folgenden Texten geht es um Gewalt, sexuelle Inhalte und emotionalen Missbrauch. Warnung 2, halbe Buch, ja, ja, ist aber viel, nee, ist viel, aber ist auch ein Bericht, der über drei Personen und mehrere Jahre handelt. Sorry für die Wall of Text, aber ich schreibe es von meiner Seele und es fällt mir sowieso schon schwer, das Ganze nach außen zu kommunizieren und mich dann noch dabei kurz zu halten, ist unmöglich. Es werden jetzt sicherlich noch Sachen fehlen, weil es einfach zu viel war. Okay, ich bin ehrlich mit euch, während ich das hier schreibe, weiß ich nicht einmal, wo ich genau anfangen soll, weil das so viel ist. Ich werde seit Längerem von drei Frauen, davon zwei ehemaligen Zuschauern und einer Ex-Freundin, massiv privat und nun auch seit einer Weile öffentlich belästigt. So, jetzt an der Stelle, das möchte ich hier auch nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen, solltet ihr das hier sehen, auch nach diesem Statement geht zu niemanden rüber, hatet niemanden, belästigt niemanden mit irgendwelchen anderen Vorwürfen, die kommen. Wir wissen nicht, was die Wahrheit ist. Das, was jetzt geschildert wird, das sind Erfahrungen von Unge, die er schildert. Jeder hat aber eine andere Sicht auf die Dinge. Jeder nimmt vielleicht auch Situationen anders wahr oder auch Beziehungen generell anders wahr. Dementsprechend ist es hier wichtig, da erstmal die Füße stillzuhalten. Wir lesen uns das einfach jetzt nur durch. Das ist einfach nur, dass wir es uns angucken. Es ist sinnfrei, das zu bewerten und zu sagen, okay, er hat Recht oder er hat nicht Recht, weil wir wissen es nicht. Wir wissen am Ende des Tages nicht, was passiert ist und da jetzt zu spekulieren, was gewesen sein muss oder nicht muss, wäre, glaube ich, falsch an der Stelle. Und hier äußert sich ja auch, also es ist jetzt, weil manche geschrieben haben, ja, aber bei Anni sieht das wieder anders aus, ne, da bist du direkt parteiisch oder sowas. Erstmal bin ich nicht wirklich parteiisch, aber das Problem ist, wenn 10 bis 15 Leute sich äußern gegenüber einer Anni und die Aussagen decken sich, dann ist das, ist da schon eine gewisse Glaubwürdigkeit vorhanden, währenddessen eine Person eine ganz andere Story erzählt, ne. Also dementsprechend muss man sagen, hier 15 gegen 1 ist schon krass. Hier ist es so, wir haben Unge und wir haben vage Vorwürfe, die aber eher nicht konkret sind, sondern eher so indirekt getätigt wurden mit, ja, er ist schlimmer als Anni. Wir wissen gar nicht, um was es da jetzt so richtig geht und warum ist er schlimmer. Aber deswegen bin ich hier noch komplett so, ich bin hier noch auf gar keiner Seite oder kann jetzt nicht sagen, okay, das würde ich jetzt besser oder schlechter beurteilen. Deswegen bin ich da ein bisschen, deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Das habe ich auch in meinem Video hoffentlich relativ gut rüberbringen können. Ich habe keine Ahnung, wie das am Ende des Tages rüberkam. Aber mein Ziel war es, dass man das so neutral wie möglich mitbekommt, damit jetzt nicht die Leute rübergehen, irgendjemanden haten, weil es wäre absolut unangebracht in der Geschichte. Dafür müsste man beide Seiten kennen, dafür müsste man die jeweiligen Situationen kennen. Das nur an der Stelle. Okay, fangen wir mit Zuschauerin 1 an. Nairu Akaakiki. Sie ist circa seit den ungeklickten Streams auf YouTube aktiv im Chat gewesen und hat in dieser Zeit immer mal wieder Donations während des Streams gemacht. Nach einer Weile bin ich ihr auch auf Social Media gefolgt und wir sind etwas in Kontakt gekommen. Zu dieser Zeit hatte ich, zu dieser Zeit hatte sie einen Freund, von dem sie schwanger war und die beiden haben einen Urlaub auf Madeira gemacht und gefragt, ob wir uns nicht mal gemeinsam zum Essen treffen wollen. Ich habe zugestimmt, aber wollte nicht alleine hingehen, weil ich sie nicht gut genug kannte und habe noch einen guten Freund, der ebenfalls Simon heißt, mitgebracht. Wir waren dann zu viert und haben uns danach verabschiedet. Also zu viert essen. Das war zum Glück das erste und einzige Mal, dass ich Kiki in Real Life getroffen hatte. Ich glaube, sie hatte damals, als wir uns kennenlernten, noch kein Onlyfans, aber bereits freizügige Bilder auf Patreon und eine Weile später auch mit OF angefangen. Einerseits war ich damals neugierig und andererseits dachte ich, wenn sie im Stream supportet, kann ich ja auch etwas Support zurückgeben. Sie hatte zu der Zeit freizügige Cosplays, aber auch pornografische Videos zusammen mit ihrem Freund gemacht. Wir waren dann weiterhin ab und zu in einem Austausch, aber nicht super regelmäßig, bis zu dem Zeitpunkt, als sie mir erzählte, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat, weil die Beziehung sehr toxisch sei. Junge, was man mittlerweile mitbekommt von toxischen Beziehungen, ist nicht mehr lustig, wirklich. Also das Internet ist momentan voll mit toxischen Sachen, mit toxischen Beziehungen. Das ist crazy. By the way, an der Stelle Kiki kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Ich bin aber auch jetzt nicht regelmäßig bei Unge in den Streams dabei gewesen. Das muss ich auch an der Stelle sagen. Aber ich erkenne natürlich seine Reactions und auch, ja, Unge kenne ich so generell so ein bisschen, aber jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Damals dachte ich mir, oh je, die Arme, ich möchte ihr irgendwie helfen. Klammern schreibt er noch, im Nachhinein habe ich von sehr engen Freunden von ihr erfahren, dass sie ihre Beziehung unter anderem deshalb beendet hat, weil sie so obsesst war und gehofft hat, wir kommen zusammen. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen, aber vorstellen kann ich es mir mittlerweile, weil im Nachhinein noch so viele kranke Lügen über diese Person rauskamen. Interessant. Wir wissen natürlich nicht, was alles rauskommt oder was alles rauskam. Wir haben da nicht wirklich eine Ahnung, was das angeht. Sorry, dass ich jetzt immer mal was trinken werde zwischendrin, weil das ganze Geläse trocknet den Hals. Hm. Aber Stimme ölen ist wichtig und richtig. Ja. Okay. Naja, auf jeden Fall sind wir dann etwas mehr in Kontakt gekommen und sie hat mir schöne Augen gemacht und da ich zu der Zeit ebenfalls keine Beziehung hatte und ihre Aufmerksamkeit irgendwo auch genossen habe, da ich mich in dieser Zeit sehr einsam fühlte, habe ich viel mit ihr geschrieben, geflirtet und wir haben uns gegenseitig Bilder und Videos hin und her geschickt und uns ganz gut verstanden. Allerdings war ich nicht ready, irgendwas mit ihr zu starten. Sie hatte mir jedoch ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie gerne mehr möchte und mehrmals das Thema Sex ins Gespräch gebracht und auch, wenn keine Beziehung draus wird oder so, wir hier einfach was haben können, ganz unverbindlich und so weiter. Diese Angebote habe ich mehrfach höflich abgelehnt und gesagt, dass ich es schon, dass ich es schon schön fand, mit ihr zu schreiben und so, aber mir nicht mehr vorstellen kann. Ich musste wirklich mehrfach klar und deutlich sagen, dass ich keinen Sex mit ihr haben möchte, bis sie es dann akzeptiert hat und selbst danach hat sie noch so Andeutungen gemacht wie, ja, ich verstehe, aber wenn du doch irgendwann mal Bock hast, du weißt. Ich habe mich davon jetzt nicht krass belästigt gefühlt, sondern eher schlecht, weil ich sie zurückgewiesen habe, weil ich ein fucking Peeble-Blesser bin oder wie man es ausspricht, keine Ahnung. Im Nachhinein betrachtet hat sie mich schon sehr bedrängt, vor allem wenn man sich mal überlegt, wie es wäre, wenn die Geschlechter getauscht wären. Naja, wie gesagt, hat mich das damals nicht krass belastet und es tut auch heute nicht weh. Ne, tut es auch heute nicht. Das alles war für mich persönlich noch sehr harmlos, aber wichtig für den weiteren Verlauf dieser ganzen Story. Unser Kontakt ist dann eingebrochen und wir haben nur noch selten bis gar nicht mehr geschrieben und eine Weile danach bin ich mit Rachel zusammengekommen. Okay, ich glaube, Rachel dürften die meisten tatsächlich kennen. Also ich, ja, also das habe ich auch mitbekommen. Unge war ja ganz, ganz am Anfang mal mit Swabine zusammen, das weiß ich. Dann war ja mit jemand, weiß ich gar nicht, da war ja nicht mehr mit jemand zusammen, dann mit Rachel. Zumindest das, was öffentlich rauskam. Ja, also Rachel, ich kenne sie gar nicht persönlich, muss ich sagen. Ich habe weder mit ihr jemals geschrieben, noch hatten wir jemals Kontakt. Mit Unge muss ich auch sagen, weil vielleicht Leute sagen, okay, oh ja, vielleicht stehst du ja mit Unge in Kontakt, vielleicht kannst du irgendwas sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann Unge, also ich kenne Unge genauso wie ihr da draußen wahrscheinlich, durch die Videos, durch die Streams. Es war auch alles cool. Ich habe ein, zwei Mal mit ihm geschrieben, aber wirklich nur sehr selten. Wir wollten uns damals mal sogar, wo wir auf Madeira waren, das war letztes Jahr, das war fast vor knapp über einem Jahr, war ich auf Madeira gewesen. Und da wollten wir uns eigentlich treffen, aber da war halt das mit dieser, das hat er dann beschrieben, mit dieser Sozialangst wahrscheinlich. Und ihm ging es dann nicht so gut und deswegen hat er sich dann dagegen entschieden, dass man sich miteinander trifft. Er hatte halt gesagt, ihm ging es halt nicht gut und so, dass ich das akzeptiere. Das ist ja alles cool. Dementsprechend gab es auch kein Problem. Aber deswegen kann ich ihm persönlich, kann ich nicht sagen, wie er ist. Die Beziehung mit Rachel war circa das erste Jahr nicht öffentlich und danach haben wir uns entschieden, es öffentlich zu machen. Das war auch die Zeit, in der Kiki wieder angefangen hatte, sich zu melden. Allerdings habe ich dort schon so einiges von ihrem Umfeld mitbekommen. Vor allem, was sie so über mich gelästert hatte, weil sie laut ehemaligem Umfeld nicht mit der Ablehnung, Zurückweisung klarkam und wie, Zitat, besessen sie eine Zeit von mir war. Sie hatte sich natürlich nicht zufällig gemeldet, als das mit Rachel öffentlich wurde, sondern mit dem Vorwurf, dass ich doch keine öffentliche Beziehung wollte. Warum jetzt doch auf einmal und warum dann nicht mit ihr? Das Ganze war für mich einfach unangenehm und ich hatte keine Lust, mich zu rechtfertigen, warum ich mit Person A, aber nicht mit Person B eine Beziehung eingegangen bin und ehrlich gesagt ging sie das auch einen Scheiß an. Ich hatte Rachel schon von Kiki erzählt und danach auch eben sehr viele dieser negativen Dinge. Wird gleich nochmal wichtig. Okay. Ich habe mich Anfang 2023 von Rachel getrennt. Nach dieser Beziehung ging es mir mental so scheiße wie schon lange nicht mehr in meinem Leben. Unter anderem, weil Rachel mir wortwörtlich ins Gesicht gesagt hat, dass ich nicht genug bin. Das hat mich tatsächlich mehr gebrochen, als ich es mir selbst eingestehen wollte. Sowas von einem Menschen ins Gesicht gesagt zu bekommen, für den man starke Gefühle hat, ist wie ein Stich ins Herz. An der Stelle muss ich mal ganz kurz, ich will das jetzt gerade gar nicht so allgemein alles vorlesen, was das hier angeht, weil ich finde diesen, den Abschnitt finde ich fast ein bisschen zu hart. For real muss ich sagen, ich finde es fast ein bisschen zu hart und zu persönlich. Ja. Deswegen habe ich auch für mein Hauptvideo, ich meine das ist jetzt in Reaction, aber kann ich jetzt auch nochmal an der Stelle sagen, ich finde es zu persönlich, als dass ich das jetzt genauso ausführen möchte. Ja, aber er hat eben ein gutes Recht, das zu erzählen. Ich weiß nicht, ob manche Dinge vielleicht doch ein bisschen privat trotzdem gehalten werden sollten, weil hier geht es halt darum, dass sie angeblich komplett emotionslos sein soll, beziehungsweise empathielos und was weiß ich. Und es wurden auf jeden Fall Vorwürfe erhoben, dass er das Gefühl hatte, sie hätte ihn ausgenutzt als Sprungbrett für Reichweite und Geld, wird hier geschrieben. Also es kamen auch Vorwürfe von Unge zu Rachel an der Stelle. Ich kann es nicht beurteilen, deswegen sind wir da einfach mal alle ein bisschen ruhig und ein bisschen entspannt, weil eine Sache muss man trotzdem sagen, Rachel war, glaube ich, nach der ganzen Thematik, also nach der Beziehung mit Unge, glaube ich, gar nicht mehr in der Öffentlichkeit. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen. Ich glaube, sie hat sich da auch ziemlich zurückgefahren und dementsprechend weiß ich nicht, ob das ein Sprungbrett für Reichweite gewesen ist. Also ja, man kennt sie jetzt so vom Namen, aber sie hat, ich glaube nicht, dass sie irgendwo Reichweite hat, deswegen hat mich der Punkt ein bisschen verwirrt, ja, weil, ja, Sprungbrett für Reichweite, aber wo? Weil ich muss ja kurz gucken auf Instagram, ob man da wirklich sehen kann, dass da sehr, sehr viel Reichweite rüberkam. Äh, Rachel? Ja, 11.000 Follower. Also das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, ja. Also das, das, das verstehe ich nicht zu 100 Prozent, aber okay. Ähm, es wurden auf jeden Fall da schwere Vorwürfe erhoben, auch zu ihr, auch dass er sich ausgenutzt gefühlt hat, weil irgendwie wird hier geschrieben, es konnte also nicht schnell genug gehen und so kam schon recht früh das Thema Verlobungsring auf und weil ihre Mutter Russin sei, wird erwartet, dass es ein teurer Ring ist, ne, also dass da immer so auch mit teuren Sachen gespielt wird. Letzter Post war Anfang Januar. Ja, es ist schon ziemlich, schon ziemlich lang her. Äh, genau. Ich tue mich schwer, ich tue mich schwer, das vorzulesen, muss ich an der Stelle sagen, weil wie gesagt, das ist, äh, ziemlich persönlich. Es wurde halt geschrieben, dass die Beziehung auf und ab ist, dass es immer wieder zu Streitereien kam, es ziemlich toxisch war und es kam aber zu keiner körperlichen Gewalt, aber es war schon sehr, äh, geladen, die ganze Beziehung. Ne. Äh, genau, er, er warf dann irgendwie noch, äh, vor, dass, äh, die Person vermutlich narzisstische Züge haben könnte, man weiß es natürlich nicht und er lässt sich nie mehr auf sowas ein, ne, schrieb Unge an der Stelle. Wie Rachel drauf ist, kann ich euch nicht sagen und ob das alles stimmt, wir wissen es nicht. Wir waren nicht in der Beziehung, wir wissen, ich, ich, ich kenne sie persönlich auch gar nicht. Leute schreiben auch, dass Rachel gar nicht so ist, wie er hier beschreibt, ne, möchte ich auch noch an der Stelle ganz klar sagen. Deswegen ist das nochmal doppelt vielleicht neutraler zu betrachten. Also es gibt Leute, die schreiben, hey, das stimmt so nicht und das, so, ich kenne Rachel und was weiß ich. Es gibt aber auch Leute, die hier auch zu 100% hinter Unge stehen. Wir wissen es aber halt an der Stelle nicht. Ähm, das können nur Leute wissen, die in engem Kontakt mit den Personen stehen. Ne, ich will hier da niemandem Unrecht tun. Äh, nach der Trennung Anfang 2023 ging es mir, wie bereits gesagt, emotional und mental extrem schlecht und daraufhin hatte ich mich fast ein ganzes Jahr aus der Öffentlichkeit als Unge rausgenommen und nur mit einem VTube, äh, Avatar unter dem Namen Raik gestreamt, weil ich Abstand von allem brauchte und vor allem Zeit zu heilen. Wollte aber mein liebstes Hobby streamen nicht aufgeben in der Zeit, äh, in der Zeit und habe dort eben auf einem kleineren Channel WoW für mich und eine kleine Community gestreamt. War, by the way, ähm, war, by the way, ziemlich, äh, viel, was er da gestreamt hat und die, die Community hat sich dann doch, äh, war dann doch relativ größer geworden. Ähm, gut. In der Zeit war Rachel auch häufig im Chat und auch, wenn ich sehr unter der Beziehung mit Rachel gelitten hatte, habe ich versucht, wie oben beschrieben, den Frieden zu wachen und auch ihr keine Steine in ihren Weg zu legen und habe versucht, das Ganze so dramafrei wie möglich zu, äh, zu handhaben. Hatte ihr auch VIP im Chat gegeben, damit als daeres Zeichen nach außen zu sehen ist, alles ist gut. So handhab ich leider häufig Dinge, weil ich versuche, es jedem recht zu machen, aber leider mache ich es, äh, mir selbst damit absolut nicht recht und vernachlässige mich selbst in solchen Situationen. Ähm, links Ungespielt-Chat, als sie noch zusammen waren, rechts Reich-Chat, ähm, nach der Trennung. Leute, bei Ungespielt war sie tatsächlich kein, kein VIP, ne, aber da waren sie zusammen wahrscheinlich. Und rechts waren sie nicht mehr zusammen und sie war VIP und hat sehr viel reingeschrieben. Auch weird an der Stelle. Aber okay, ja, krasse Sache auf jeden Fall. Ähm, das heißt, er hat versucht, dass, ne, alles nach außen ziemlich entspannt abläuft oder als ziemlich entspannt wahrgenommen wird, ohne dass er jetzt großartig Leute interpretieren, dass die Beziehung gescheitert ist oder eher aufgrund von toxischem Verhalten irgendwie was schief lief. Ne. Äh, der arme, reiche Mann, da gab es mit Sicherheit kein Machtgefälle. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich, ob ich da jetzt irgendwas mit, äh, mit Geld unbedingt einbringen möchte, ne. Es geht nicht unbedingt, äh, hier ums Geld, ja, würde ich jetzt mal sagen. Das ist nicht die Hauptthematik, auch bei den ganzen Vorwürfen, die ja gerade kommen. Äh, und außerdem, nur weil man reich ist oder so, heißt es nicht, dass man auch nicht verletzt sein kann und, äh, auch seine Gefühle teilen kann, ne. Okay, Unge schreibt dann noch, äh, grob ein ganzes Jahr später zum Anfang von 2024. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ich habe unter anderem eine Beziehung nach Rachel gehabt, die komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten wurde. Bis jetzt und, äh, ach so, bis jetzt. Und leider wurden wir beide, wie oben beschrieben, massiv belästigt von Person Nummer 3, die diese Beziehung mit aller Kraft versucht hatte, in die Öffentlichkeit zu ziehen und zu exposen, worunter die Beziehung auch sehr gelitten hat. Die Person, die das probiert hat, heißt Rita. Ihr seht sie auf den Screenshots und was sie abgezogen hat, ist so filmreif und gleichzeitig lächerlich, dass ich mich frage, wie ich es hier in Form eines Textes überhaupt erklären soll. Leider weiß ich anders als bei Kiki nichts über die Hintergründe von Rita und habe auch keinen Kontakt zu ihrem Umfeld gehabt. Deshalb kann ich nur mutmaßen, dass sie entweder ein wirklich grundlos bösartiger Mensch ist oder sehr eifersüchtig auf meine Freundin war, weil sie eine parasoziale Beziehung zu mir durch die Streams aufgebaut hat oder beides. Okay, jetzt wird es sehr, sehr heftig, weil diese Rita, ähm, erscheinbar wirklich, also das war eine sehr krasse Story. Ich habe von allen Sachen zum Glück Screenshots und Videos gemacht. Alles natürlich nur öffentliche Chats. Private Chats habe ich eine Menge aktiviert zum Absichern, falls weitere Tatsachen verdreht werden. Rita hat herausgefunden, dass ich in einer Beziehung mit Marie bin. Name verändert, um ihre Privatsphäre zu schützen. Also er war nicht wirklich mit Marie, aber er war mit einer anderen halt zusammen und dachte, es wäre eine gute Idee, sich einen Fake-Account auf Twitch zu erstellen und damit gleichzeitig in beide Chats zu schreiben, als ich und meine Freundin beide live waren. Marie live streamt ebenfalls auf Twitch. Ja, ähm, das ist so krank, das ist so krank. Sie war als Rita bei uns beide, äh, bei uns beiden eine aktive und nette Zuschauerin, aber hat dann unter dem Namen Luis in beide Chats angefangen, parallel Gerüchte zu verbreiten. Also, das ist praktisch, das, was jetzt kommt, ist ja in Begriff von, ja, um, in der Rap-Sprache, um Fitna zu stiften, ja. Für die Leute, die das kennen, so, ne, es werden einfach, es werden einfach Dinge provoziert mit Absicht, damit jemand es verkehrt versteht und dann entsteht ein Streit oder sowas. Also, das wird jetzt richtig ekelhaft. In Maries Chat hat sie dann als Luis unter anderem sowas geschrieben, wie Glückwunsch zur Beziehung mit Simon, er hat es gerade bei sich im Chat bestätigt und andersherum dann bei mir im Chat. In dem Punkt frage ich mich wirklich, wie man so eine kranke Scheiße abziehen und dann noch selbst in den Spiegel schauen kann. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie es überhaupt rauskam, dass Rita hinter dem Luis-Account steckt. Naja, zum Glück ist Rita nicht die hellste Kerze auf der Turte und hat dieselbe E-Mail-Adresse für beide Accounts zur Verifizierung verwendet und als wir beide Luis geblockt hatten, konnte Rita plötzlich mit ihrem Main-Account nicht mehr in den Chat schreiben, weil die Accounts verbunden waren. Also, das heißt, wenn du zwei Twitch-Accounts hast und du hast sie verifiziert über eine E-Mail-Adresse und diese eine E-Mail-Adresse ist gebannt, dann sind deine zwei Accounts auch gebannt. Dann kannst du nicht mehr reinschreiben. Dadurch haben die es rausgefunden, by the way. Das ist crazy. Ich werde, glaube ich, niemals drauf gekommen, weil ich gar nicht, ich würde gar nicht daran denken. Genau, wir haben hier diesen Luis, ne, hier mit, ob da mehr läuft mit dir und Simon, ey, hier, genau. Warum noch Simon, was läuft da? Du weißt, was ich meine, Freundschaft oder mehr? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ähm, mit Unge, mein anderer wurde gesperrt. Danke für die Antwort. Nein, ich kenne Unge nur aus dem Internet. Alles gut, aber auch meine Antwort ist doch was Schönes oder etwa nicht. Hattest du nicht erst einen anderen Freund? Warum nicht einfach Nein sagen, wenn es nicht so ist? Okay, und es wurde noch hier das geschickt. Also dadurch sind die draufgekommen. und das ist der Rita-Account, by the way, ne. Ähm, genau. Ja, nee, es hat sich jemand scheinbar einen anderen Account über meine E-Mail gemacht und der wurde gesperrt. Jetzt bin ich auch gesperrt. Alter, hilf mir mal. Wer ist Luis? Da kam gerade eine Bestätigung, dass der, die gelöscht wurde, mit meiner IP, jetzt kacke ich mich gerade ein. Hilfe. So, jetzt wird es ganz, ganz wild, weil das habe ich in meinem Video zum Beispiel nicht erzählt. Jetzt wird es richtig wild, ja. Denn jetzt, jetzt geht es um, jetzt geht es darum, ein falsches Spiel zu spielen. Okay. Wir haben es natürlich sofort gecheckt, aber das Spiel noch etwas weiter mitgespielt, als Rita sich dann panisch an meinen Twitch-Mod gewendet hat, mit der Erklärung, ein Hacker hat ihr Netzwerk infiltriert, aber zum Glück ist ihr Vater ITler und sie könnte das Problem fixen. Wir haben es so getan, als hörten wir, das ist echt, das ist so schlecht, das ist wirklich so schlecht. Also immer, wenn irgendeine Scheiße passiert ist, immer sagen, es ist der Hacker gewesen. Oder wenn jemand Scheiße bei mir in den Twitch-Chat geschrieben hat, als erste Nachricht und er wird gebannt, dann kommt immer so, als Banngrund oder beziehungsweise als Rechtfertigung. Mein Freund hat das reingeschrieben, oder mein Bruder hat das reingeschrieben. Das war gar nicht so gemeint. Also in solchen Fall ist es dann natürlich der Hacker. Wir kennen es doch alle. Wir haben es so getan, als würden wir ihr glauben und haben sie ab dem Zeitpunkt mit falschen Informationen gefüttert. Ich hatte Rita beispielsweise per Privatnachricht erzählt, Marie und ich sind getrennt und so weiter und wir wollten schauen, wie viele Leute dann plötzlich davon wissen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, warum die Vorgeschichte dieser drei Personen relevant war. Plötzlich wusste Kiki, dass Marie und ich getrennt waren. Zufälle gibt's. Ja, also das muss ich dann entweder rumgesprochen haben oder Kiki, ja, das wäre weird. Stell dir vor Kiki ist Rita, Louis und so weiter. Also dementsprechend ist das rausgekommen. Nee, aber Kiki ist wahrscheinlich connected mit dieser Rita gewesen, schätze ich jetzt einfach mal. Und dadurch kam das raus. Auch war es sehr spannend zu beobachten, dass Rachel bis zum Jahresende 2023 noch in meinen Twitch-Chat geschrieben hat. Aber nachdem der Kontakt zwischen ihr, Kiki und Rita intensiver wurde, ist ihr plötzlich aufgefallen, in was für einer schlimmen Beziehung sie war. Dann fing es an mit Lästereien über mich und viele aus ihrem Circle haben natürlich nicht hinterfragt, was davon wahr ist. Der YouTuber, der seine Freundin so schlecht behandelt hat, passt ja auch viel besser ins gewünschte Feindbild von vielen Menschen auf dieser Plattform. Vor allem für Leute, die bei mir auf der Blogliste standen. Muss ich an der Stelle sagen, ich habe keine Ahnung. Also ich kann zu diesem privaten Zeug kann ich echt wenig, wenig sagen. Er hängt jetzt hier noch, er hängt jetzt hier noch Bilder mit an, mit Vorwürfen unter anderem. Hier auch noch beispielsweise den Chat, wo Rachel reingeschrieben hat. Oder hier waren auch noch Vorwürfe von Rita zum Beispiel. Rita schrieb, Influencer, die sich über das Thema Annie the Duck lustig machen und noch ein ganz großes, deutliches Stück krasser unterwegs sind. Einfach nur Schmutz, könnt ihr kotzen, for real. Dann schrieb sie noch, das mit Annie the Duck ist absolut ekelhaft. Die männliche Version davon zu kennen macht das Ganze gerade nur noch unangenehmer. Überlegt euch gut, wie ihr euer Vertrauen, nee, wen ihr euer Vertrauen schenkt. Ihr kennt diese Leute nicht. Also das war Rita, ja. und Kiki schrieb, ihr denkt, Annie the Duck ist schlimm, Bruder, wenn ihr wüsstet, was Simon Unge alles am Stecken hat, holy. Eines Tages werde ich es öffentlich machen, aber today is not the day. Ich weiß nicht, wie es nach dem Statement ausschaut, ob dann der Day ist. Wir können auf jeden Fall gespannt abwarten, was da auf uns zukommen wird. Ich persönlich habe auch schon ein bisschen was mitbekommen, nicht von den Personen, aber ich habe nur mitbekommen, das muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, ich habe mitbekommen, es soll noch was kommen, ja. Ich habe mitbekommen, dass da noch was kommen soll und dass das ganze ein Plot-Twist alles noch haben soll. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber das wurde mir bisher so berichtet und ja, also das, das da noch, ja, das wird vermutlich noch eine ganz andere große Nummer. Ich habe aber keine Ahnung, was für eine Nummer, deswegen, ich weiß es selber nicht. Ich bin da genauso gespannt, wie es da weitergeht, ja. Okay, ungeschreibt noch als letzten Tweet, ja, als letzten Tweet noch. Nachdem ich das alles mitbekommen hatte, bin ich Rachel und Kiki entfolgt, denen ich bis zu diesem Zeitpunkt noch gefolgt hatte. Darauf fingen die Drohungen, Non-Menschens und kryptische Tweets plus Schüsse in meine Richtung von verschiedenen Usern richtig an. Als dann diese ganze Thematik mit Anni losging, ging das ab dieser Gruppe dann, was ging ab, was ging? Ne, losging, gab das dieser Gruppe dann die Motivation, Tweets abzulassen, die nicht mal mehr kryptisch waren, sondern direkt meinen Namen beinhaltet haben. Von wegen, ich wäre das männliche Gegenstück zu Anni und mindestens doppelt so schlimm. Schon sehr krass. Ja, ich wollte ehrlich gesagt niemanden ans Bein pissen und einfach meine Ruhe haben. Zocken und keinen Stress machen, aber das Ganze kann ich nicht mehr, kann ich mir nicht länger gefallen lassen. Es waren nun über mehrere Jahre, es war nun mehrere, Junge, ey, ich kann nicht mehr, ey, ich kann wirklich gar nicht mehr lesen, das ist ganz, ganz schwer, weil ich diesen ganzen Text schon zehnmal gelesen habe. Okay, jetzt nochmal, tief Luft holen und Abfahrt. Es war nun über mehrere Jahre ein absoluter Fiebertraum, den ich die ganze Zeit für mich behalten habe, aber egal, wer mir hier glaubt oder gegen mich ist, ich kann in den Spiegel schauen und habe mir selbst nichts vorzuwerfen, außer, dass ich nicht schon früher Abstand zu diesen Menschen genommen habe. Früher oder später wird jeder das wahre Gesicht dieser Personen kennen, weil das kann man nicht auf Dauer verstecken. Danke für deine Zeit, bitte geht zu keiner der Personen und beleidigt sie. Ich wollte mir das hier von der Seele schreiben, weil ich diese ungerechte Scheiße nicht mit mir machen lasse und nicht, weil ich jemanden anderen schaden möchte. Wenn es nach mir ginge, hätte ich gar nichts gesagt, weil das meiste davon einfach Dinge sind, die man privat klären kann, aber aufgrund solcher Kommentare, vor allem von Fremden, die mich nicht mal kennen, kann ich meine Fresse nicht halten. An der Stelle muss man sagen, dass viele Leute dann halt, wie er ihm alles Gute gewünscht hat, ist ja ganz klar. Ich meine, er erklärt hier, was das für eine Scheißzeit war und was ihm widerfahren ist und das ist ja sehr negativ. Deswegen an erster Stelle auch viel Kraft. Wir wissen aber jetzt natürlich nicht, was wie vorgefallen ist, aber natürlich viel Kraft auch an der Stelle. Das ist mit Sicherheit, also das sind ja keine leichten Erfahrungen, die man gemacht hat. Unge hat es sich jetzt zu dem Thema nochmal kurz geäußert, auch zu der Anteilnahme hat er sich geäußert und hat Folgendes vorhin geschrieben, also das kam am 16. Mai dann online, also einen Tag später beziehungsweise einen halben Tag später. Da hat er jetzt noch dazu geschrieben, Hallo Leute, erstmal vielen Dank für alle Nachrichten seit gestern. Hat er besonders als Mann in der Öffentlichkeit Angst, das alles zu veröffentlichen, weil sich da eben drei Frauen zusammengetan haben, bloß Umfeld und gegen einen allein schießen. Ja gut, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Männer-Frauen-Ding ist, aber ja, also ich verstehe natürlich auch, dass das schwierig ist, wenn eins gegen drei ist und ja, dass halt einfach, dass es nicht einfach ist. Aber es ist auf jeden Fall auch weird, dass drei Personen sich so krass gegen eine Person einschießen, was da die Beweggründe sind, das wissen wir nicht, deswegen müssen wir danach abwarten. Umso dankbarer war ich gestern über die Kommentare und weitere Menschen, die sich zu Wort gemeldet haben und ähnliche Erfahrungen mit genannten Personen gemacht haben. Habe versucht, alles zu lesen und Fragen zu beantworten. Es haben sich seit gestern sehr viele Leute gemeldet, von denen ich noch Dinge erfahren habe, die ich selbst noch nicht wusste. Unter anderem soll Rachel erzählt haben, ich hätte sie betrogen und daraufhin hat sie sich von mir getrennt. Das ist falsch. Also gut, keine Ahnung, wer das behauptet hat. Also das ist jetzt einfach, ja, wurde jetzt einfach wiedergegeben von einer Person, wo er was vielleicht gehört hat. Es ist halt schwer, das faktisch jetzt zu belegen, außer er hat Nachrichten. Ey, das ist so krass, Mann, das ist wieder, das ist wieder so, das sind wieder so einfach persönlich private Sachen, die mal wieder komplett im Internet landen. Aber gut, ist ja auch eine heftige Anschuldigung, die er auch unter anderem bekommen hat. Deswegen, ja, wir lesen es uns mal durch. Das ist falsch. Erstens, ich habe sie nie betrogen und zweitens war ich es, der die Trennung initiiert hat. Ich weiß nicht, ob Louis, ich meine Rita, ihr so eine Scheiße eingeredet hat oder Kiki oder ob sie selbst drauf gekommen ist, aber ich frage mich dann einfach nur, warum sie noch fast ein Jahr danach aktiv in meinem Chat war. Ich bin wirklich fassungslos über diese geplante Schmutzkampagne und ich frage mich nach wie vor, ist Fame der Antrieb dahinter oder ist es das nicht klarkommen mit Zurückweisung oder beides? Gut, Fame, weiß ich nicht. Er hat keine Ahnung, das will ich hier niemandem davor werfen. Ich bin sehr enttäuscht, so viel Lebenszeit mit solchen Menschen verschwendet zu haben. Eine Bitte, lasst Beleidigungen jeglicher Art sein und begibt euch nicht auf das Niveau herab. Das ist schon sehr krass, ja. Also das ist schon sehr, sehr krass. Oh Leute, das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Manuel schreibt hier drunter, blöde Frage, aber wie kam es dann noch zusätzlich dazu, dir zu unterstellen, du hättest Nazi-Freunde beziehungsweise wer ist mit Nazis befreundet? Das habe ich nicht ganz verstanden oder war es einfach nur eine dumme Anschuldigung, um dich zu triggern? Unge hat dann darauf geschrieben, das habe ich tatsächlich auch noch nicht verstanden, vor allem, weil ich sehr wenige Freunde habe und meinen Kreis klein halte. Gut, okay. Ja, also krasse Angelegenheit, muss ich mir an der Stelle sagen. Ich finde die Vorwürfe, die gegen Unge geäußert wurden, sehr heftig. Das ist eine sehr große und schwerwiegende Nummer. Also gerade sowas wie hier mit diesen Nazi-Freunden und schlimmer als Annie Dedak und hier auch krasse Missbrauch, schlimmer als das bei Annie Dedak der Fall war und was weiß ich. Das sind schon krasse Vorwürfe, wo ich auch verstehen kann, dass Unge sich dazu äußert. Ich finde es auch wichtig, hier den Kontext aufzuzeigen. Deswegen ist der Text wahrscheinlich auch extra so ausführlich geschrieben. Finde aber, finde manche Sachen vielleicht ein bisschen zu persönlich, wo ich dann nicht weiß, ob das hätte in die Öffentlichkeit getragen werden müssen. Ja, also jetzt zum Beispiel die Sache mit Rachel. Ich glaube, Rachel, die hat nicht direkte Anschuldigungen mit Namen jetzt veröffentlicht oder wo die Anschuldigungen so unfassbar schwer waren. Ich weiß nicht, wie schwer die Anschuldigungen waren. Aber er hat ja jetzt sehr, sehr viel über sie ausgepackt, sage ich mal. Und deswegen bin ich da halt so ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Ich kenne, und wir kennen alle Rachel nicht. Ja, ich will ja jetzt nicht unterstellen, dass sie so drauf ist, weil, wie gesagt, der Vorwurf kommt von einer Person. Das ist jetzt nicht so, wie das bei Annie ist, wo 15 Personen das Gleiche erzählen, wo man dann sagen kann, okay, da kann ja schon was dran sein. Also es untergräbt ja so ein bisschen die Glaubwürdigkeit oder untermauert das, die Glaubwürdigkeit. Hier haben wir es nicht. Deswegen, wie gesagt, muss man relativ neutral rangehen und einfach abwarten, was da passiert. Aber es ist wirklich unglaublich, was momentan alles rauskommt oder beziehungsweise wie viele Anschuldigungen es mittlerweile gibt. Das ist ja wirklich nicht mehr lustig. Also, Unge, wir haben in Monte, wo es Anschuldigungen gab, beziehungsweise Anschuldigungen. Da wissen wir auch gar nicht, was da überhaupt los ist zwischen, bei Snitska, Monte und so weiter. Aber zumindest ist es ja auch gerade ein großes Thema auf Twitter vor allem gewesen. Ja, Mois ohnehin, aber wir haben Ani the Duck, wir haben diesen Tijan oder Tian oder so, Tian TV, ich weiß nicht, ist ein Streamer. Da gab es auch heftige Anschuldigungen mit so einer Sophia, ist auch eine Twitter-Userin, die kenne ich jetzt aber auch gar nicht. Dazu habe ich auch nichts weiter großartig gesehen, aber ich weiß, dass es da auch mehr oder weniger wie einen Skandal gab, wo es auch um sehr heftige Vorwürfe ging. Und, Alter, das ist wirklich, das ist gerade so viel und das alles binnen der letzten zwei Wochen, würde ich sagen. Ich glaube, binnen der letzten zwei Wochen ist das alles passiert. Fünf Skandale oder so, das ist brutal, was da jetzt alles noch so hochkommt. Also, ich würde schon sagen, 2024, das hatte mal, das habe ich mitbekommen, ja, dass mal gesagt wurde, 2024 ist das Jahr, wo alle exposed werden. So, angefangen hat das Ganze mit, ich glaube, Jeffrey Epstein, wir haben Dan Schneider, wir haben, also was so international unter anderem am Start ist, wir haben P. Diddy, das ist brutal, was mit, also das kam die letzten Jahre, kamen nicht so viele Sachen raus, ne, und auch hier im Influencer-Bereich oder generell, auch im deutschsprachigen Bereich kommt so viel raus, das ist echt momentan nicht mehr lustig, ja, brutal, es ist einfach nur absolut brutal. Äh, ach nee, Epstein ist schon ein paar Jahre älter, stimmt, Epstein ist schon ein paar Jahre älter. Nee, da kam aber die Doku, die kam, glaube ich, Anfang dieses Jahres erst raus, deswegen wahrscheinlich, hatte ich das noch so im Kopf. Nee, aber auf jeden Fall ist es krass, wie viel, wie viel da einfach momentan rauskommt und vermutlich auch, noch dieses Jahr auskommen wird. Ich habe laut eigenen, also das, was ich gehört habe, ja, was mir geschrieben wurde, von Leuten, denen ich eine gewisse Glaubwürdigkeit zutraue, ja, und die vielleicht auch in dem Thema ein bisschen mehr bewandert sind, von denen habe ich gehört, dass, dass noch etwas kommen soll, ja, auch mit Beweisen kommen soll, also, dass das ganze Thema rund um Unge und den Personen noch lange nicht zu Ende ist oder beziehungsweise nicht zu Ende ist, wir wissen nicht, was da alles kommt. Das habe ich gehört, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber es klang vertrauenswürdig, was ich erfahren habe und deswegen sind wir da an der Stelle gespannt. Ich kann euch mal noch einen Tweet vorlesen, den ich gespeichert habe von einer, die hiermit erwähnt wurde und dieser Tweet ist nämlich mittlerweile gelöscht und zwar von der Kiki, die Kiki, die hat Folgendes geschrieben und zwar hat Kiki, warte, wait, hier war es, und zwar hat Kiki geschrieben, Simon droppt gerade kranke Lügen, what the hell, ich warte das noch kurz ab und dann werde ich mich dazu äußern, glaubt mir, das wird soon alles, oder so später, als in einem ganzen anderen Licht stehen, als er versucht, gerade da zu stehen, als er gerade versucht, eher da zu stellen, wahrscheinlich. Sein Tweet wird nicht gut altern. Das hat sie kurz daraufhin gelöscht, hatte by the way ein Like, hat sie direkt gelöscht, ja, wurde aber gescreenshortet, also man darf auf Twitter wirklich nichts posten, ohne dass man will, dass es dann nicht mehr auftaucht oder so, weil es wird immer wieder auftauchen und ich gucke mal eben, weil es mich gerade interessiert, ob sie schon was dazu gepostet hat, zu der Thematik. Äh, Nairo, Uwu, Uwu, sie folgt mir tatsächlich. Toll, diese Posts sind geschützt. Hallo, ach Mann, jetzt können wir es nicht verifizieren, ja, diese Tweets sind geschützt, ich habe keine Ahnung, was da jetzt so kommt, aber sie folgt mir, das ist ja schon mal positiv. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da noch kommen wird, ob was kommen wird, was kommen wird, wie es kommen wird, wann, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ähm, jetzt kennt ihr zumindest die ganze Story, ich mache das Ganze, oder beziehungsweise, ich habe das jetzt für den Zweitkanal, äh, ausführlicher gemacht, weil, wie gesagt, auf dem Hauptkanal, da kommt so die ganz große Reichweite und dementsprechend behandle ich den Fall da auch noch ein Stück, also, also noch mehr sensibler und differenzierter als auf dem Reaction-Kanal, wo ich auch so ein bisschen auch persönliche Meinungen mit einfließen lasse. Bei dem Fall muss ich aber an der Stelle wirklich sagen, äh, nehmt es mir da auch nicht übel, aber ich glaube, das ist das Erwachsenste und Sinnvollste. Ich kann dazu auch nicht viel ergänzen, mit, mit wem ich jetzt mehr glaube oder nicht, weil wir keine Ahnung haben, was passiert ist. und, ja, also, und dementsprechend bitte ich euch auch, ne, auch an die INKEF-Zuschauer, ich weiß, dass ihr erwachsen genug seid und ihr das auch differenziert betrachten könnt, ähm, geht nicht irgendwo rüber, hatet jemand oder beleidigt jemand oder werft jemanden etwas vor, weil das, was wir hier gesehen haben, ist eine Seite mit Vorwürfen und wir wissen nicht die andere Seite und, äh, wir können das auch alle nicht einschätzen, deswegen, äh, deswegen ist es absolut hinfällig, da jetzt ein Urteil zu bilden, ne, deswegen, ja, also, das ist auf jeden Fall mein Appell an der Stelle, äh, wartet da einfach noch ab, was da passiert, äh, passieren wird und, dann schauen wir weiter, Junge, ich habe gerade so viel geredet und heute früh habe ich schon so viel geredet, weil ich mein Video aufgenommen habe, mir fehlt, glaube ich, nach dem Stream die Stimme. Ja, das an der Stelle, das war es, äh, mit der ganzen Thematik rund um Unge derzeit, äh, wenn ihr da auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann, äh, folgt mir. Hier auch auf INKEF, da, da, äh, reagiere ich eigentlich auch auf alles Mögliche, ob es Gossip ist oder irgendwas Angenehmes ist oder auch Unangenehmes ist. Wir reagieren hier auf alles, lasst ja gerne ein Abo, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, vergesst das Trinken nicht. Dings hier, Holy ist immer wichtig und richtig. Ihr wisst, wo ihr die Links findet und, ja, das nur, das nur dazu, man muss da vorsichtig sein bei solchen Sachen. Ich danke euch an der Stelle, ich danke euch an der Stelle viel, vielmals fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt ihr so schön? Ich denke euch an das Fängchen, euer Alpha Kevin und ciao, ciao.